Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Turok The Dinosaur Hunter. Wir stehen hier vor Level 3 und ich würde sagen, ja, zu dieser gehen wir dann auch mal zurück. Wir haben, ja, für dieses Gewehr 39 Schuss, 94 Leben, Heilung, wie auch immer und ich darf noch einmal sterben. Aber ist egal, ich habe hier gespeichert und von daher, so, gehen wir mal rin, ne? Oh. Ah, cool, okay. Äh, hä? Okay, da kommt das nächste Ungeheuer. Äh, ich würde es aber ganz gerne auf, jetzt mittlerweile auf Entfernung versuchen, weil, ähm, sonst geht mir hier echt wirklich viel Leben verloren. Mit der treffe ich gar nicht. Äh, hä, hä, hä. Wow! Drei Stück? Egal. Oh, Mama, ich habe geschossen, als ich gar nicht schießen musste. Ich gehe mal hier rein. Na? Kommst du hier hier rein? He, 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 he. Stirb, du Mistvieh. So. Kann ich die nicht... Oh, nee, nicht schon wieder. Oh, cool. Das hat mir echt gefehlt. Wow. Hupsala. Und du rennst jetzt einmal hier um das Ding rum, oder? Was machst du hier? Aua. Hey, du Arsch. Sag mal. Aua. Ihr habt mir wehgetan, ihr Säcke. Ah, cool. Ja, danke. Schrotflintenmuni finde ich supi. Kann das sein, dass ich da irgendwie drauf muss? Shitting. Ja, ich muss da drauf. Äh. Tschüss. Verdammt, wie komme ich da rauf? Ich muss da rauf. Da vorne ist nämlich... Nein, 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 nein. Gehst du denn da hoch, verdammt nochmal? Sag mal, ist es denn? Okay, dann versuche ich es von hier oben. Moment. Jetzt habe ich ihn. Hehehehe. Ja. Okay. Äh, ich gehe mal hier rauf. Wow, Lebenspunkte. Na? A little bit of... Hier kommt ja sofort der Nächste. Ach, leck mich doch. Okay, aber irgendwie will ich da hinten rüberkommen. Ab und an reicht es mir aber auch mit euch hier. Sag mal. Wow. Tschüss. Sag mal. Nein. Scheiße. Nein! Wo stirbst du denn bitte? Ach, fuck. Ja, gut, dass wir da gespeichert haben. Yes, you are Turok. I know it. Wir haben kein Leben mehr. Es ist zum Kotzen. Ist das die drei? Was? Ja, das ist die drei. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir rennen durch. Nein, nein, nein. Ich will dich einfach nicht sehen. Ist da noch irgendwas? Oh! Danke! Danke! Lalalalalalalala! Yay! Mein böses Tier. Warum kommen die Säcke eigentlich alle wieder? Da will ich rein. Da will ich rein. Da will ich rein. Da will ich rein. Eh, eh, eh. Nein! Ah! Alter! Lass mich da rin! Los jetzt! Wisst ihr was? Da könnte ich doch auch noch irgendwie drauf, ne? Da war noch mal was, oder? Ja, genau. Alter, stirbt doch! Mann, ey! Alter Sack! Nein! Ich will da rauf! Ja! Ufff! Lalalalala! Hast du mich nicht gekriegt? Nein! Please give me the portal! Was war das jetzt gerade? Oh! Oh, oh, oh! Wow! Danke! Okay, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. I'm total impressed. Ja, macht's doch noch ein bisschen schmaler, ihr... Sag mal... Alter! Okay, what's... Can I... Kann ich... Oh, danke. Wow! Oh, okay. Oh, nein, 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 nein! Da will ich noch nicht weg. Nein! Nein! Warum? Gebt mir das her. Ihr seid doof. Okay, ja, cool. Dann, äh... Okay. Ich muss da da hin. Hey! Hey! What? Nee, da will ich nicht mehr durch. Aber da muss ich wahrscheinlich durch, ne? Warum schmeißt du die Sachen da runter? Jetzt muss ich nochmal da hoch. Extra wegen dir, du... Du bist Paddel. So. Wah! So, then I will be waiting Für das Portal hier, ne? Ich weiß zwar nicht Ich wusste nämlich sonst jetzt echt nicht, wo ich hingehen müsste Aha! Das ist neu Okay Nein! Fuck Das ist schlecht Okay War hier eigentlich irgendwas? Da Wow Okay Was habe ich jetzt? Alles nehmen, was man kriegen kann hier Okay Das möchte ich aber auch noch haben Danke Danke Oh Und weiter geht's Wow Alter Was mache ich hier? Ähm Ähm Sag mal Äh Au Danke Danke Da hinten ist noch was Ähm Ich würde sagen, jetzt erstmal hier zurück Okay Okay Danke Ähm Okay Muss ich jetzt hier wieder zurück Muss ich jetzt hier wieder zurück? Eigentlich geht's ja hier irgendwo weiter, ne? Ach wartet mal, da oben war doch auch noch das Wasser gewesen Da muss ich doch garantiert rein Ja, ja Tschüss Haha Oh, wir sind richtig schnell Danke